Wir sind hier gerade auf dem Hof der Röntgenoberschule. Wir befinden uns jetzt in der Willenbruchstraße 53. Wir sind in Treptow als Neuköllner Schule. Wir sind aus der einen Seite gesehen eine Endklave, aus der anderen eine Exklave. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind in Treptow. Wir sind in Treptow.